Es ist normal, dass ein wenig Luft aus Ihrer Maske austritt. Diese sollte jedoch nicht auf Ihre Augen gerichtet sein oder Sie an einem ruhigen, erholsamen Schlaf hindern. Versuchen Sie, eine undichte Stelle zu korrigieren, indem Sie die Maske gerade von Ihrem Gesicht wegziehen und sie vorsichtig wieder aufsetzen. Sie sollten spüren, wie die Luft aus den Ausatemventilen entweicht. Diese müssen offen bleiben, um ein Wiedereinatmen zu verhindern. Ziehen Sie das Kopfband niemals zu fest. Wenn zu viel Luft austritt, probieren Sie es mit einer anderen Größe für Maskenkissen oder Maskenrahmen.